Hey, hallo, weißt du wer hier ist? Hallo, mach mal die Tür auf. Wo ich hinfahre, da könnt ihr leider nicht mit. Einiges zu erledigen. Wer stört? Ja, ich bin's. Harry, dann hast du dich noch. Probier den. Drei Bier und drei Körner. Auf Herdi. Du willst also Geld. Ja klar, du kannst vergessen. Komm, abfluchen. Was ist denn das für eine Scheißbude hier? Wenn ich wieder, wieder komm, wieder, wieder komm, carry ein mein Scheiß bei dir. Du bist eins nah. Du bist ein Spazierer. Det darfst. està für ein Sieg, 3Mail. Vielen Dank.